So seist du denn eingeweiht. Wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum. Du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Wir geben uns nun zu erkennen. Wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum. Du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Ich weiß, du machst dir Gedanken über dein Osteologie-Testat, was du im Jahre 2007 nicht bestanden hast. Wir geben uns nun zu erkennen, wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum. Du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Okay, ja, ich wusste so nicht. Aber es ist so, wenn ihr das Osteologie-Testat schon ansprecht aus 2007, ich fand es relativ schwer, es war relativ viel Lernstoff und es würde mich einfach interessieren, ob ihr es bestanden hättet. Unterbrech uns nicht. Wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum. Du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Okay, ja, bloß ihr sprecht das Osteologie-Testat an aus dem Jahre 2007 und mich würde es einfach interessieren, ob ihr das Osteologie-Testat aus dem Jahre 2007 bestanden hättet, weil es relativ viel Lernstoff war. Wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum. Du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. So sei das Experiment vorüber und so seist du wieder frei. So sei das, was ich, 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 was